Hallo, hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 28.01.2020 und unser DAX will hier ein bisschen unter dem Kinn gekraut werden. Die Bären sind los, drücken weiter, zeigen sich stark, drücken unseren DAX, überall drückt es und drückt es. Der eine oder andere wird sich bestimmt in dem Moment an den Zungenschlag erinnern, den wir hier letzte Woche reingebracht haben, wo wir gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit den Nachrichten, Vorsicht mit diesem Virus. Wer sich da solle gegenstellt, weil er sagt, das ist doch nicht doll, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht realistisch, der solle vorsichtig sein, weil eben oft aus solchen Situationen heraus sich der Markt schon doll lösen kann, wenn eben alle so ein bisschen dagegen stehen, weil sie sagen, weil sie einen Grund haben, um zu sagen, das ist ja nicht ganz real, nicht ganz realistisch, was der Markt macht, der Markt übertreibt, da stelle ich mich dagegen. Da findet er natürlich den perfekten Nährboden und den holt er sich jetzt hier weiter raus. Das war eine ideale Voraussetzung eigentlich, um hier durchzudrücken. Wir sind sehr tief reingekommen, das war schon absehbar, das hat man in der Analyse gesagt, hatten dann eben gesagt, der markante Punkt, der Knackpunkt ist die 5, 6, 3. 13, 3, 50, 13, 3, 60, hat es dort ja auch versucht, man hat es ja gesehen, also es war durchaus ersichtlich, dass der versucht hat, das Niveau zu verteidigen, aber hat es halt nicht gebacken bekommen. Und dann gab es den Schuss nach unten, dann gab es den Schuss hier unten rein in die 2,55, auch hier haben wir zumindest mal zwei grüne Stundenkerzen weggekriegt, haben sogar nach Unterschreiten auch nochmal einen schnellen Zug zurückbekommen, aber unser DAX hat sich hier doch deutlicher nach unten fallen lassen und sogar hier schon im Bereich um 13, 1, 90, 13, 1, 70 angelaufen. Also Versagter voller Linie, könnte man sagen, den hat es richtig nach unten rausgezwirbelt. In der Zone waren wir jetzt hier schon dran. Die 13, 1, 70 ist nochmal ganz wichtig, wenn Sie mich fragen, rechne ich eher damit, dass der sogar noch tiefer geht. Wo setzen wir ihn hin? Ist jetzt schwierig, weil der wirklich im Stress ist. Ich könnte mir auf Basis der vorherigen Bewegung vorstellen, dass wir sogar hier unten Richtung 13, 100, 13, 40 laufen können. Wir haben auf Stundenebene hier nicht viel, haben hier diese alte Tief. Die 13, 1, 70 ist eine Unterstützung, wenn er sie gehalten bekommt, dann steht ihm das frei, das zu halten, aber sollte der hier noch tiefer gehen, würde ich mal eher in die Richtung denken, dass man hier so ein bisschen plant. Hier unten Spoilinger-Band, mal antippen, 13, 80 liegt das nun schon da irgendwie so in den Dreh rum. Das würde im DAX eigentlich recht üblich sehen und sich dann mal langsam zu versuchen zu stabilisieren, je nachdem auch, wann er reinkommt, wenn der DAX zum Dienstag ein schönes Vormittagstief schafft und sich davon dann lösen kann, ist auf jeden Fall nach oben gut was drin. Rutscht er uns drunter, rutscht er uns drunter, ja gehen echt dann, ja gehen dann langsam die Alarmglocken an. Also die sind eigentlich schon an, weil da wird nach unten immer mehr Risiko dann, immer mehr Risiko akut bis 900 und tiefer hier. So, letztes Markantetief hat man hier im Bereich um 12,950. Der Markt tendiert ja doch in letzter Zeit häufig dazu, Doppelböden und Doppeltops zu stellen, die sollte man dann mal mit auf dem Radar haben. Aber ich glaube zum Dienstag vielleicht noch gar nicht spruchreif. Müssen wir mal schauen, müssen aufpassen, weil die Volatilität bläht sich auf. Wir haben jetzt in zwei Tagen knapp 400 Punkte geschaffen, geschafft. In der Regel beschleunigt der Markt ganz gerne in Trendrichtung auch nochmal. Das heißt, wenn er jetzt durchschnittlich 200 Punkte pro Tag gemacht hat, sollte man auch langsam mal 300 Punkte einplanen. Und dann sind wir schon mal da 12,900. 12,950 zumindest, ist locker erreichbar zum Dienstag. Also wenn es dem DAX nicht gelingt, hier unten das Bollinger Band irgendwie sich dran hoch zu geilen. Ja, ich würde dann schon die 13,100. Ja, das ist das Bollinger Band. Und dann haben wir hier noch die 13,40. So ein bisschen Knautschzone hier jetzt eben. Wenn der Tiver geht, dann würde ich sogar so sagen 12,59, 12,900. Und das am laufenden Band. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. Die bleibt trotzdem, bitte trotzdem nicht die 13,190 hier vernachlässigen. Die bleibt wichtiger Punkt. Gut, kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Und das ist Risikomanagement. Müssen Sie ein bisschen aufpassen jetzt hier. Ich nehme, wir haben das auch im Dienst ganz, ganz, ganz doll wahrgenommen. Weil plötzlich, also wir haben unheimlich viele an verschiedenen Stellen das auch mitbekommen, dass Leute plötzlich dieses Wort ohne Stopp in den Mund genommen haben. Das ist für uns immer so ein bisschen so Alarmzeichen. Wenn einer irgendwie, was ich gerade nicht gut im Markt zurecht finde, dann ist das oft auch, ja, in Teilen auf den seine persönliche Verfassung zurückzuführen. Vielleicht auch auf die Psyche, ne. Vielleicht hat er Stress auf der Arbeit, Stress mit der Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Und sowas wirkt sich häufig punktuell auf Einzelne auf. Ab dem Moment, wo wir aber merken, dass mehrere Leute plötzlich die gleichen Ideen bekommen, dann ist das etwas, was der Markt instinktiv rauskitzelt. Und das ist für uns immer so wichtig, weil diese Instinkte, die der Markt rauskitzelt, das sind Methoden, die der Markt anwendet, um quasi die Masse abzuziehen. Also indem der Markt ein bestimmtes Verhalten zeigt, eine bestimmte Bewegung, generiert er im Kopf ein Verhalten, einen Wunsch, einen Drang. Wie, Sie kennen das ganz klassisch gesagt, im Kaufhaus steht ganz unten das Billige und schön in Griffhöhe, in Augenhöhe stehen die Sonderangebote der teureren Markenprodukte. Das ist auch einfach nur psychologische Führung, mit der derjenige, der an ihn verdienen will, versucht, mehr an ihn zu verdienen. Und genau das Gleiche macht natürlich ein Markt auch. Was glauben Sie, warum in den ganzen Banken hochstudierte Leute sitzen? Psychologen, Mathematiker, Physiker und so weiter und so fort. Das sind alles hochgradig professionelle Leute, die natürlich nur ein Ziel haben, Profit zu generieren hier über die Börse. Also, wie kriegt man eine Masse dazu, ihr ganzes Geld, und mit Masse meine ich wirklich die Privatanleger dazu, das Geld auf die wenigen umzuschichten, die eben dafür zahlen, dass ihr Vermögen von professionellen Anlegern verwaltet wird. Wie bekommt man die dazu? Und die bekommt man dazu, indem man die Instinkte gegen sie arbeiten lässt. Und durch so eine Seitwärtsphase, durch so eine langausgiebige Bewegung, entsteht natürlich oft der Drang, ach, hätte ich doch mal keinen Stopp losgesetzt, hätte ich doch mal keinen Stopp losgesetzt, hätte ich doch mal keinen Stopp losgesetzt, jetzt der Markt ist doch immer wieder zurückgekommen. Das sagt man sich fünf, sechs Mal, und irgendwann fängt man es an zu machen, und dann rennt der Markt los. Das ist ganz typisch, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt habe ich den einmal gesetzt, jetzt bin ich einmal hier, habe ich was anders gemacht, und genau jetzt macht der Markt das und das. Das ist einfach provoziert. Das ist nicht, weil man selber zu dumm dafür ist, sondern weil man instinktiv und emotional handelt. Das ist der Fehler. Und deswegen muss man aufpassen, dass man da nicht den Fehler an der falschen Stelle sucht. Was wir jetzt mitbekommen haben, ist viele, dass sie sagen, sie handeln jetzt einfach ohne Stopp, weil sie damit viel besser fahren, und da haben sie die letzte Zeit ganz, ganz viele Erfolge. Wir haben heute diesbezüglich auch im Premium-Dienst nochmal einen Wachrüttler mit rumgeschickt, um da ein bisschen zu sensibilisieren, weil das ist ein wichtiges Thema. Das ignorieren manche auch, die sich das gar nicht so bewusst machen, und was das eigentlich bedeutet in dem Moment, wo ich ohne Stopp handle. Weil in dem Moment, wo ich ohne Stopp handle, habe ich natürlich von den Wahrscheinlichkeiten her eine super Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Take-Profit gehe. Nämlich die liegt bei fast 100%, in dem ich ja gar keinen Stopp verwende. Also wie sollte meine Position denn im Minus enden, wenn ich keinen Stopp verwende? Kann sie ja letztendlich nur hinten rausgelöst werden, wenn irgendwann das Depot nicht mehr genügend Platz für diese Position gibt. Das ist der einzige Punkt, wann überhaupt mal eine Position mich ohne Stopp los was kosten kann. Wie wirkt sich das dann auf der Cash-Seite aus? Natürlich, ich mache ein Gewinn nach dem anderen. Super geiles Gefühl. Ich bin der Größte. Ich habe nur Gewinne. Meine Fresse. Ab einem gewissen Punkt ist man dann so davon überzeugt, dass man glaubt, es geht auch immer so weiter. Und das ist ein hartes Phänomen, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Und auch, dass es immer wieder den gleichen Ausgang findet. Weil einfach bei sowas man so in seinem Tunnel ist und so in der Überzeugung ist, dass das auf ewig weiter klappt, dass man das gar nicht hören will, dass das irgendwann nicht mehr klappt. Und ich mache es oft, dass ich mit denjenigen, die da gerade in so einer Phase sind und lauter von sich geben, und dass das auch immer funktionieren wird und das wahrer ist und sie nie wieder mit Stopp handeln werden, mache ich immer die Wette, dass ich sage, pass auf, ich wette mit dir, dass sich dein Depot innerhalb der nächsten sechs Monate halbiert. Und ich habe so eine Wette noch niemals verloren. Noch niemals. Das habe ich heute auch im Dienst noch mal betont und noch mal geschrieben. Ich glaube, ich werde irgendwann mal verlieren. Aber nur, weil nicht genau, punktgenau, auf sechs Monate die 50% getroffen wird. Nicht, weil es hinten raus nicht aufgeht. In der Regel ist es tatsächlich so, dass diese sechs Monate bei Weitem ausreichen, weil diejenigen schon einen Monat später oder sogar schon zwei Monate später dann ins Straucheln kommen und dann diesen einen Trade absetzen, der einfach nicht wieder reinkommt. Und dann entwickelt sich so eine Ohne-Stop-Strategie, die stürzt dann einfach ein. Dann hat man eine so eine schiefe Position. In der Regel fängt man dann an, für diese Position zu arbeiten, für diese Position zu denken, sucht sich immer weitere Positionen in dieser Handelsrichtung, baut dann so eine kleine Pyramide auf und dann kracht man hier unten durch bis irgendwo auf die Null drauf. Dann ist das Konto leer und man muss wieder einzahlen. Ganz, ganz, ganz typisches Beispiel. Ich weiß, es gibt auch Leute, die ohne Stopp handeln und manuell ausklicken, die dann sagen, okay, ich habe jetzt 100, 200 Euro Verlust, ich nehme jetzt hier raus und so weiter. Dagegen möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist ja letztendlich ein manueller Stopp, der im Kopf festsetzt. Mir geht es jetzt wirklich um die, die sagen, sie lassen einfach laufen, bis es wieder reinkommt. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und das sehen wir so oft im Dienst. Also wir können wirklich sagen, von, ne, 100%ig kann ich das so sagen, von den Kunden, die zu uns kommen, die sagen, sie haben ihr Konto zu hauen und sie brauchen jetzt erst mal eine Pause, haben 100% davon ohne Stopp losgehandelt. Immer. Immer. Sind das die. Das fängt klein an mit irgendeiner blöden Position, wo man sich sagt, wie kann ich doch liegen lassen, auf die paar Euro kommt das nicht an, dann wird die größer. Dann fängt die an schief zu laufen, dann wird die Position größer, man baut sie vielleicht aus, weil sie war ja eh bloß relativ klein und dann kommt das Ganze, gestacheln hinterher und kracht auf Null. Das muss nicht in direkt einem machen. Es ist auch häufig so, dass so eine Phänomene, solche Risse hier drin haben, dass die schon einmal kurz vorm Tod waren, sich gerettet haben und dann gesagt haben, naja, super, mein System, super, super, das klappt immer, dann kommt sowas nochmal dazu, aber irgendwann knallt sie weg. Und das Problem an dieser Systematik ist halt, dass ich irgendwann halt alles verliere, auf einen Schlag innerhalb von einer Woche, egal ob das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gut geklappt hat. Ich verliere irgendwann alles, meine ganzen Gewinne, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Und in dem Moment, wo ich mit einem Stopp arbeite, habe ich natürlich, natürlich eine ganz andere Trefferquote, weil ich natürlich Plus und Minus mache. Ich realisiere im Verlust, ich realisiere im Gewinn. Das läuft auch mal vielleicht ein, zwei Monate schlechter, dann läuft es wieder ein, zwei, drei Monate gut, dann wieder ein bisschen schlechter, dann wieder ein bisschen besser. Und Stück für Stück entwickelt sich dann das Depot, je nachdem, wie gut man in der Erfahrung ist. Und man wird immer zu denjenigen hier oben aufschauen und wird immer sagen, halt, das läuft doch viel besser. Was mache ich verkehrt? Wo ist mein Problem? Die Leute, die so handeln, die sind immer am lautesten. Die schreien immer, hey, meine Strategie ist super und so viel Rendite haben wir. Während man sich hier dann irgendwann hinterfragt, naja, warum tue ich mir das denn mit dem Stopps überhaupt an? Es ist ja, irgendwas mache ich verkehrt, ich komme nicht richtig vom Fleck, ich habe so wenig Performance und so weiter. Das sind auch Instinkte, die da rausspielen. Ende vom Lied ist aber, dass derjenige hier unten auf der Null landet und einzahlen muss. Der andere, der ein sauberes Risikomanagement hat, hat halt irgendwann eine vertretbare Performance hat, die je nach Erfahrungsstufe dann natürlich auch ausbaufähig nach oben ist. Und das würde ich einfach nochmal mitgeben, das ist einfach wichtig, das muss man verstehen. Risikomanagement gehört dazu. Jetzt ist es wie mit der Chartlöse, ich muss da auch immer ein bisschen lachen, wenn da Leute sagen, das ist ja alles hier Klampusterei und keine Ahnung, ist alles hier Käse und Soße und ach, was sollen da irgendwelche Pfeile, das klappt eh oft nicht. Natürlich klappt das oft nicht, das klappt aber auch oft. Und wenn man da aber ein vernünftiges Risikomanagement dahinter packt, dann schafft man, dass man auf dem Strich bleibt und sich hier eben Stück für Stück nach oben hangelt. Mal klappt das, mal klappt das nicht. Mit allem, was man handelt, klappt das mal und klappt das nicht. Egal, was sie nehmen, egal, mit welcher Methode sie rangehen, ob mit Charttechnik oder mit irgendwas anderem, egal, ob mit Nachrichten oder was auch immer, es klappt nichts immer. Und so ist es auch beim Chart. Und das Wichtige ist aber, dass ein Risikomanagement dahinter ist. Weil in dem Moment, wo sie hier oben im Longtrigger drin sitzen und er läuft ihnen los und sie haben den Stopp nicht und sie sagen nicht, na, pass mal auf, der läuft jetzt hier nicht rein oder der läuft jetzt hier unten in den Shorttrigger rein. Ich beende jetzt meine Longposition nicht und sitze die einfach aus. Na, was haben sie dann gekonnt? Nix. Da brauchen sie auch kein Chart, ne? Also dafür ist der Stopp eben ein schönes Mittel, um auch mit Charttechnischen Methoden einfach zu sagen können, okay, hier Shorttrigger klickt um, ich gebe jetzt hier meinen Long raus. Dann bin ich jetzt hier halt einfach mal Long nicht mit drin, gucke ich bei der 250, ob ich vielleicht nochmal einsteigen kann. Dann kann ich vielleicht bei der 250 nochmal einsteigen und in dem Moment, wo er fällt, nehme ich bei 230, 220 wieder raus und sage mir, okay, nee, will nicht. Na, was habe ich dann gekonnt? Dann habe ich hier zumindestens mir einen guten Teil der Strecke gespart und in dem Moment, wo das dann wieder aufläuft und in meine Route reingeht und ich dann in die Lage komme, hier zwei, dreihundert Punkte auch mal mitzugehen, habe ich gegenüber diesen Verlusten, die ich streckenweise dann realisiert habe, auf jeden Fall gewonnen. Na, ich habe nicht gewonnen, wenn ich hier Long reingehe und jetzt erstmal wieder bis hier oben brauche, bis der Markt überhaupt mich ins Plus lässt. Also, das ist ganz wichtig und ich betone das auch so, weil ich davon ausgehe, dass wir durchaus nach unten noch ein bisschen was sehen können. Na, also, so wie der sich jetzt eingesprungen hat, aus einem Gap heraus so einen Tag hinzusetzen, das baut Druck auf. Druck, weil ganz viele auf den Gap-Kluss zielen, ganz viele das unverhältnismäßig finden, ganz viele dann sich dagegen stellen und welche, die sich dagegen stellen, bieten immer einen Nährboden für eine Bewegungsfortsetzung. Was oft kommt, ist ein bisschen zur Seite und dann weiter runter oder direkt weiter runter. Na, also, ich bin hier nicht ganz so optimistisch, dass wir zum Dienstag hier eine volle Umkehr reinkriegen. Ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sie kommt, möchte den DAX dafür aber Minimum mal über, und damit nehmen wir den Fall jetzt hier auch weg, möchte den DAX da Minimum über der 250 sehen, eher sogar über der 300. Na, also, dass wir sagen, wenn es dem DAX gelingt, hier über 250 nochmal drüber zu gehen, müsste er auch über 300 dann drüber, die 300 ist dann Widerstand, ne, und dann wäre hier nochmal 400 drinne sogar. Die 360 ist mir da oben gar nicht so wichtig. Würde ich schon sagen, wenn er das packt, wenn er es über die 300 schafft, könnte er hier nochmal, na, was ist denn hier das Tief? Ist das 360? Tief 400. Tief. Zeig es mir an. 3,82. 3,82-Ziel. Ja. Also hier so, ja, dann nehmen wir die 360. Die guckt so schön, guckt so schön ins Fernglas hier. Okay. Also, halten wir fest, für den Dienstag ist für mich relevant. Der Bereich um 13,170, 13,190 weiter. Ich vermute fast, dass wir darunter eröffnen. Würde einfach jetzt drauf passen, weil wir zu viel dagegen gehauen haben. Schafft es der DAX dann am Vormittag grüne Kerzen reinzustellen, sich zu stabilisieren? Kann er natürlich hier oben nochmal auf die 255 laufen. Schafft es über 255, sind 300 drin, über 300. Chance auf 360, 340 und auch 400. Über 400. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, der zieht, knallt erstmal nach unten dann. Wenn er den Gap deckelt, das macht der DAX ja gerne, dass er dann an so einem Gap hoch, an so einer Gapkante, einen Doppeltop bildet. Also an diesem Hoch jetzt hier, dass er da einmal von unten dran tippt und dann zurückläuft. Das macht er sehr, sehr, sehr gerne. Jo, gut. Ansonsten eben nach unten einplanen. Risiko. Im Zweifel 250, 300 Punkte bitte einplanen. Das sind wir bei 12,59, 12,900. Wäre jetzt folgerichtig. Wäre konsequent, wenn wir einen abwärtstrenden, einen Intakten, der auch gut Druck, gute Ventile hat, um hier Druck aufzubauen. Da sollte man schon damit rechnen, dass da noch was gehen kann. Ich schaue mir jetzt die 1,70 zum Dienstag an. Kriegen wir hier schon grüne Kerzen? Könnte ich mir vorstellen, mal Richtung 2,50 was zu probieren. Dort dann erstmal wieder raus, ein bisschen gucken, was macht er, wie reagiert er. Vielleicht sogar schon an der 2,40. Dann über 2,50. Würde ich schon auch versuchen, ob man nochmal was reinkriegen kann. Auch wenn ich da, glaube ich, eher ein Freund von wäre, erstmal kurz warten, schönen Rücklauf abwarten und wenn er zeigt, dass er da stabil bleibt im Rücklauf, dann in die neu aufkommende Long-Bewegung rein. Also der Fall wäre dann eher so mein Interesse, wo ich eine Position aufbauen würde wollen. Das Erste würde ich mir erstmal angucken, ob er mitspielt. Und ansonsten, Vormittagsmail, Vormittagsmail sage ich, Vormittagstief wird recht interessant, ob er sich aufbauen kann. Wir haben hier 13,71, darunter die 13,100 und schon so Bereich 13,0,80. 13,100 bis 13,80 wäre für mich der interessanteste Bereich zum Dienstag, aber dafür muss halt schon auch ordentlich was kommen. Ansonsten die 13,71 erstmal auch nicht ganz von schlechten Eltern. Gut, damit schauen wir mal. Im Tagesschart hat man ja hier auch nochmal den Pfeil, den habe ich erst nach eingesprochen, nachdem ich das Video gemacht habe. Den habe ich erst eingezeichnet, als ich das Video eingesprochen habe. So rum, das haben nur die gesehen, die die geschriebenen Analyse gemacht haben, aber wir hatten eben gesagt, wenn der Daxi eben drunter fällt, unter die letzten beiden Tiefs, dann ist hier nichts und dann kann der Daxi auch schnell durchfallen. Sie erinnern sich, so haben wir es gestern gesagt, deswegen hatte ich dann den Pfeil hier noch mit ergänzt, weil wenn der Dax eben hier diese Tiefs verletzt unter der 3,60, dann ist das ein Verkaufssignal eben bis hier wieder runter, weil der Markt hier immer so schnell hin und her gelaufen ist, haben wir gesagt, das könnte dann auch ein bisschen zügiger gehen, eine längere Kerze geben, bis im Zweifel 13,100 rum. 13,130, 13,100, das war so unsere Ziele. Jo, okay, dann, hier ist erstmal noch Risiko drin, sollte der Dollar zurückkommen, würde ich das hier nochmal reaktivieren dann, das ist noch nicht raus, das ist noch offen. Also so ein Pullback von oben auf die 205, hier auf die 200-Tage-Linie, dann auch 12,500, ich habe das glaube ich schon besprochen, auf die 12,500 von oben drauf, 200-Tage-Linie, wäre schon denkbar, wenn auch die 13,100 nicht fällt. Fällt die 13,100, gehe ich von dem Erreichen von 12,500 aus und damit sehen Sie, da ist auch noch ordentlich Platz. Das sind jetzt Stand hier noch gut 700 Punkte, die das nach unten gehen kann, da kann man sich mal überlegen, wenn man jetzt hier noch long ohne Stop drin ist, ob man das aussitzen kann und ob man das aussitzen will, weil wahrscheinlich, dass dann da unten auch eine ganze Weile dauert, bis der sich wieder stabilisiert, der geht in bestimmten paar Wochen ins Land, wenn das denn so kommt und der hier runter geht, dann wird er hier eine ganze Weile brauchen. Dann kann es schon passieren, dass wir erst Mitte März wieder hier oben überhaupt stehen und so lange würde man dann auch eine Schieflage aussitzen. Aber wir schauen mal, noch ist es nicht, noch ist noch keine Katastrophe hier, es sieht jetzt erstmal nicht schön aus, aber es ist noch keine Katastrophe. Wir müssen unter die 13,100 noch per Tagesklos, dann wird es gefährlich werden. Also dann wird es wirklich gefährlich werden. Jo, ansonsten schauen wir jetzt erstmal, wie der Dienstag hier reinkommt, ob er sich stabilisiert bekommt. Schafft er eine Stabilisierung auf 13,100 oder 13,1,70? Wäre das schon erstmal die halbe Miete, schafft er es dann auch über 13,255? Wird es ein bisschen lockerer, Richtung 300, 340, 360, 400. Mehr dürfte zum Dienstag erstmal nicht relevant werden. Also über 400 sollte er nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Dafür ist der Tag zu schlecht gewesen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie hier gut zurechtkommen und maximal Erfolge. Wir hören uns dann morgen wieder. Ciao. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie hier gut zurechtkommen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie hier gut zurechtkommen.